So, dann machen wir mal weiter mit Poolparty. Ja, Local Play gehe ich davon aus. So, kannst du was drücken? Ja. Ne, das ist ein Bot. Okay, das ist nicht gut. Achso. Hast du den weg gemacht? Ja. Oh, das Orange sieht nice aus. Allgemein die Farben sind lustig und knallig. Ah, dann hier noch. Oh, nice. Ich sehe wie Pikachu aus. Sehr geil. Wie so ein Pokémon aus. Ich habe auch keine Hosen. Wie sollten das? Egal, ich bleibe auf dem Patch-Style. Hold to Starve. Okay, die UI gefällt mir auf jeden Fall. Und die Thumbnails. Die Insane. Das sind verschiedene Spiele anscheinend, ja. Party? Ich habe keine Ahnung. Ja, letztes Mal. Das ist einfach alles anscheinend. Hm. Die Thumbnails. Lern die Basics und komplette Objekte. Ah, ja. Rollen, laufen, klicken. Okay. So, das ist laufen. Oh, Rollen kann man aufladen. Nice. Oh, lol. Aha, man konnte aber trotzdem raus. Achso, man kann übrigens dann, ne? Oder? Ja. Naja, hier. Ja. Gewichser. Geh weg. Du musst ja nicht mal shoppen einzulochen. Ja. Ja. Wäre aber nicht schlecht. Äh, scheiße. Alter Junge. Was ist das? Ich glaube ja. Ich denke ja. Oh ja, ich habe mich jetzt selbst eingeloggt. Ja, sag. Nein. Warte mal, jetzt kann ich bestimmt. Nein. Ah, du Wichser. Geh weg. Geh weg. Warte, 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 jetzt kann ich. Ah. Warte mal, aber durchs Kicken kann man ja auch einen lochen, ne? Ja. Warte mal. Achso, jetzt habe ich. Hä? Na, was ist denn? Ja. Ich habe nicht, glaube ich, geschlagen, während du gerollt bist. Ne, ich habe von dir abgeprallt. Ja, ja, weil ich geschlagen habe. Äh, keine Ahnung, mache ich Pool oder so oder Fußball? Ich habe schon ausgewählt. Ne, anscheinend nicht. Knock the arrows to the pocket. Ah. Alles klar, meint er. Oh. Nein. Aha. Hey, hä, ist der Schlag so stärker als sonst was? Ne, kann ja gar nicht sein, eigentlich. Das müsste stärker sein. Ja. Jawoll. Jawoll. Naja, ich habe erst gerollt und dann habe ich geschlagen. So, und dann kannst du so rangehen und dann schlagen. Ja. Genau so. Und dann so. Ja. Unlucky. Ja, komm her, komm her. Jawoll. Was? Das ist voll das Scheißspiel. Oh, du bist auch angefallen. Nein. Aha. Scheiße. Will ich das schwarze Ding reinhauen? Nein, 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 nein. Gewonnen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, habe ich gehört. Hä, was für gewonnen? Ich habe doch auch zwei Punkte gemacht. Hä? Warum hast du mehr Punkte gemacht? Das verstehe ich nicht. Ich habe nicht zweimal gekillt. Hä, zweimal? Nein, zweimal. Ich habe dich doch gerade am Ende nochmal gekillt. Ja, fair. Ich kann nicht zählen. Einmal bist du selbst eingesprungen. Wie der Anfänger. Echt? Okay. Das glaube ich gar nicht. Ja, beim ersten Mal. Oh, das ist jetzt auch ein schönes Spiel. Alter, das wird ja zuviert übel Fock machen. Ja. Nein. Oh, lol. Was? Was? Ja. Danke, Bichy. Danke, Bichy. Danke, Bichy. Danke. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Nein! Oh mein Gott. Hehehe. Wah. Okay. Das ist das Idol. Das macht das im mittleren Mal, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein übeles cooles Spiel. Ich habe keine Ahnung. Hä? Hä? Ach so. Wir müssen bestimmt das Ding hier holen. Hä? Was? Kann ich das jetzt noch nicht wegschwingen oder was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Was? Ach so. Ich habe... Hier ist es jetzt. Ja. Du musst das so lange wie möglich halten. Das Ding. Ach so. Ach so. Ja. Da kriegt mich immer wieder keiner was. Geh weg. Geh weg. Hey. Geh weg. What the fuck? Nein. 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 Hehehe. 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 Nein. Hehehe. 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 Ah, du Bastard. Ah, nein. Hehehe. Das war so gut am Anfang. Hehehe. Das ist frech. Hehehe. Äh, Tennis hört sich gut an, oder? Wenn du zweiter bist. Naja, es gibt nur erst du zweiten Platz. Hä? Man schiebt schon wieder, obwohl er verkackt hat. Ja. Alter, Junge. Kannst du das mal lesen lassen? Wie wärst du damit? L-l-l-l. Lesen lassen. Alter, wirst du ein Deutschrapper gewonnen? Haste mir. Ne, ne, ne. L-l-l lesen lassen. Oh, nice. Ah, man muss es einfach rüberschlagen. Hä? Was? Hat das jetzt einen Punkt? Er kommt nicht lächerlich. Ja, schon klar. Alter, was? Ey. Alter, was? Los. Nein! Ja, sehr gut. Ich hab einfach drei Eigentore bisher gemacht. Das ist doch scheiße. Hoppala, was war das denn da passiert? Ja, nice. Ja, man macht voll schnell so ein Eigentor. Ist ja voll kacke. Ja, wirklich. Okay, okay. Du, ach du Scheiße, ist das... Ja, komm, Alter. Ist das schwer, meine Presse. Ich glaub, das ist noch 16 Sekunden. Oh, jetzt muss ich aber weilen, du. Nein, nein, was ist das? Im wenigsten kannst du auch noch ein Tore. Find ich gut. Ach, komm, ey. Ah, du Bastard. Das gibt's doch nicht. Ja, die einen können's. Die anderen... Ich dachte, das ist ein Scheißspiel. Was ist los? Nur weil du das erste Spiel verloren hast, ne? Ja, Sumo, 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 komm. Ja, weil das erste Spiel unfair war, deswegen. Sumo. Nein, warum denn Pool? Haben wir noch nicht gemacht? Ja, aber Sumo hört sich... Ach, Alter. Sumo, Sumo haben wir doch schon gemacht? Hä? Ist das das in der Mitte? Achso, ja, das kann sein, ja. Ja, und weißt du, was wir machen müssen? Ich nicht. Pool. Ja, und welche Wellen müssen wir reinmachen? Unsere eigenen. Ja, klar, welche denn sonst? Ja, und wohin? Achso, da unten hin. Ne, hä, warum sind die aber grün? Alter. Oh mein Gott. Ey, Alter. Ich glaube, du musst dein Ding das andere Ding reinmachen. Ne, muss ich nicht. Oh, das war nicht drin. Was? Wie war das jetzt nicht drin? Ey, hallo. Ach, mein Fell. Ist das stumpf? Jawohl. Jawohl. So, jetzt. Jetzt. Komm. Nein, nach unten, nach unten, nach unten. Sollst du. Nein. Nein. Alter. Wie viel hast du schon? Würdest du mich verarschen? Vier? Ja, das ist zwei. Oh, nice. Danke. Ach, komm, ey. Alter, ich krieg einfach keinen rein. Gibt's doch nicht. Jetzt geh rein, verflucht. Ey, das ist doch... Junge, das ist nicht dein Ernst. Ja, das hast du, glaube ich. Sieg. What the fuck, einfach. Der totale Sieg. Danke, Michi. Das habe ich jetzt in der Aufnahme gebraucht. Hitler-Zitat. Sehr gut. Danke, Michi. Problem. Wieso? Ich habe keinen Hitler-Zitat gemacht. Der war einfach mein österreichischer Trend ausgefangen. Ich würde sagen, alle österreichische sind Hitlers oder was? Mini-Hitlers. Genau. Das ist aber schon ein bisschen nassistisch. Das ist dein Jinx. Das ist dein Jinx. Das ist der Modus, den wir noch nicht hatten. Müssen wir wieder Tutorial machen? Barm. Schwester. Sehr gut. Perfekt. Dann müssen wir immer wieder Tutorial machen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Vielleicht, dass du gleich das vonziehen kannst. Wie? Was man ziehen kann? Mit dem Arschen? Bist du denn getroffen, wenn du nicht gefielt hast? Ich bin einfach mal in die Sichtung gelaufen. Ach, guck mal, wie leicht das ist. Weil du lucky bist wie Scheiße einfach. Ich hätte... Nee, das wusste ich auch nicht. Das, was du gerade machst, wusste ich auch nicht. Das habe ich nie gemacht. Sag mal, wie geht denn das? Du musst einfach den Schlag verhalten. Das habe ich nie gemacht. Nee, wie gesagt, die Aktion habe ich nie gemacht. Deswegen hat es mich ja gewundert, weil da halt Walk und Aim steht. Und... Achso, ja, beim Kick steht auch Kick und Aim da. Kick the ball in the pocket. Ja, können wir jetzt endlich mal... Ich warte auf dich. Bist du? Ich habe schon 20 Bälle in die Pugelkill. Ja, ich muss dich dahin klicken, Junge. Das ist der Unterschied. Ja, ich habe dich schon 20 Bälle reingekommen. Ja, ist mir egal. Ja, nockte aber. Ja, jetzt. Jawohl! Ey, was? Hallo? Dafür dürfen wir auch mal was machen. Ey, das ist ja fake hier. Ja, ey, wov... Das ist fake! Hä? Nein! So geht das hier nicht. Okay. Wir können nur einen geben. Hm. Mhm. So. Lass mal Fußball. Ach, scheiße. Okay. Ah, der zählt aus. Lass mal Fußball. Voll. Ja, easy. Fußball. Four more goals. Wenn der aber prär. Okay. Hast du dir so gedacht? Ich muss da ernst nehmen. Wes? Oh, insane. Insane war das. Lockschuss. Oh, 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 oh. So. Ja, ist ja gut. Kann ich nämlich das hier machen. Oh. Jawoll! Jawoll! Scheiße, nein, nein, nein. Ja. Noch einfacher ging's nicht, ne? Ne. Sehr gut. Jetzt gehen wir... Nein, nein. Oh. Hab ich, hab ich. Bester Torwart. Hä? Der hat einfach losgelassen. Nein! Nein! Ja. Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Oh, einfach nur Knopf. Oh, krass, bedank. Oh, ey. Ja, insane, fast ein Tor. Nein! Nein! Ja. Boah, nee, ey. Schon wieder... Hier ist ein Eigentor, man. Jawoll! Jawoll! In der letzten Sekunde noch. Extra Time, let's go. Komm, 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 komm. Nein! 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 Vielleicht haben wir uns gesagt, das kann man nur eingeben. Oh, mein Gott. Na ja. So, Jinx haben wir noch nicht, ne? Ja. Komm, wer los? Hä? David, willst du mich karschen? Ja. Ich wusste nicht... Ich hab das nicht gesehen, wo meiner war. Geht root of the curse before the time lands. Okay. Okay. Miss. Ah. Nein! Hä? Jawoll! Nein! Nein! Ey, das ist nicht dein Ernst, Alter, dass du in den letzten zwei Sekunden den Scheiß hast. Ach, komm, ey. Das ist nicht erlernt. Hätte ich das nicht bekommen, das wäre auch so unverdient gewesen. Weil ich war... Die ganze Zeit hatte ich die Scheiß nicht. Ja. Und das war die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Ah, ja. So nennt man das heutzutage. Ja. Aha, okay. Also die eigenen Bälle einfach reinmachen. Und wieder. Und diesmal jetzt mit zielen. Genau. Okay, das war bad. Yes? Hey. 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 Willst du mich verarschen? Ist das hier dein Ernst? Das gibt dir ja gar... Alter! Wer geht da nicht rein? Hat sie dich immer... Ah. Ja, jetzt, oder? Das ist die Tune verarsche. Dann sag ich dir aber ganz... ganz tolle. Jetzt hat... Junge. Nein! Ey. Die weg einfach. Ey, das ist... Scheiße, die hier. Nein! Ich stund wieder. Nein! Oh mein Gott. Alter, wie viel hast du? Willst du mich da verarschen, ey? Ich muss das eigentlich... Ich muss das Gefühl, wenn du kein Land siehst gegen mich. Echt? Maul, ey. Das gibt's doch nicht. Lass mal so mal machen. Wie du schon gemacht? Ja, haben wir. Ey, ich verstehe das nicht. Wo ist mein... Keine Ahnung. Das ist voll komisch. Was war das? Wieder. Das ist meine Tone. Ja. Jawohl. Nein! Was? Wie schnell du das geholt hast. Jawohl. Hä, was? Ne. Ne, weißt du? Du hast die immer noch? Okay, nice. Was? Hä? Ja. Du willst mich verarschen, aber wenn ich dich mit dem schlage, dann müsste das auch treffen. Nee, dass die dann einfach nur fallen. Ach, komm, leck mich. PG. Das ist das, was ich hier... Wie sehe ich jetzt, wo ich bin? Du siehst auch die kleine Figur. Ne, ich sehe da keine. Doch. Erst wenn ich drauf klicke. Ja, das musst du ja auch machen. Gedenkenkontrolle verzielt nicht. Jawohl. Fake? Fake. Einen Scheiß, das ist hier Fake. Ja, mit dem Ball. Ja. Ja, danke. Ey, das ist voll scheiß das Spiel. Das war... Ach so, jetzt... Jetzt, wenn er mal ein Ball nicht am gewinnen ist, ja, es ist voll scheiße, ne? Ja. Wie ist ein schlechter Verlierer, ey? Insane, insane, gleichzeitig rollen und schlagen. Okay, das geht auch. Gut zu wissen. Nein! Ich bin daneben gerollt. Nein! Nein! Oh, das ist eine richtig coole Mechanic. Hier, guck. Nein! Das hat nicht funktioniert. Ja. Ja. Oh mein Gott, war das schlecht. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Was? Gold, gold? Was ist das für eine Scheiße? Wie... Wie ist... Ey! Why? Ey! Nee, nee, Alter. Nee! Gewonnen! Ah, ey, ist das sein Ernst, ey. Jawoll. Ah, ist ein Bastard. Was ein Bastard. Ich will gleich, äh, Alex von Lima dazuholen, damit es ein bisschen fairer wird. Hm. Ja, also die streamen Dings zumindest nicht mehr. Warte mal. Ich geh mal kurz rüber. Was ist das schon... Die streamen noch einmal. Vielen Dank.